Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Sonntag. Heute ist der 12. Februar 2023. Es ist 10.40 Uhr und ich bin wach. Mehr oder weniger. Waschen im Bad, der Kaffee kocht. Es gibt gleich Frühstück. Sport habe ich heute noch nicht gemacht. Das mache ich heute irgendwie nach dem Stream. Kopfschmerzen ein bisschen. Hatte ich ja Freitag auch schon. Zu Samstag. Jetzt auch wieder ein bisschen zu Sonntag. Aber geht so. Weiß halt echt nicht woran. Das liegt bestimmt am Wetter, dass schon wieder die Wolken so niedrig hängen. Ah ja, egal. Ich habe heute noch keine Chemie zu mir genommen. Aber vielleicht mache ich das nachher noch, wenn es schlimmer wird. Gucken wir mal. Gestern kam das Spiel. Irgendwann so um 10.00 Uhr hat es geklingelt, war die Post da. Und dann habe ich ganz schnell meine Pläne umgeworfen und habe einfach gesagt, wisst ihr was? Ich mache kein Witcher. Ich mache heute Hogwarts. Und ich habe gestern zweimal vier Stunden gestreamt, also acht Stunden Hogwarts gespielt. Heute werde ich auch den Kreativ-Stream weglassen und Hogwarts spielen. Hogwarts Legacy. 12 bis 16 Uhr ist der Plan. Aktuell. Die Sucht ist stark. Aber es macht echt Spaß. Und dann muss ich mal gucken, wie ich jetzt mit drei Brocken-Spielen zurechtkomme. Also ich muss vielleicht bei Fallout 4 und bei Witcher 3 mich jetzt erstmal nur noch auf die Hauptquests konzentrieren, nicht orientieren. Und die ganzen Aufträge, die Nebensachen weglassen. Das ist bei Witcher relativ einfach zu erkennen, weil die Quests ja entsprechend kategorisiert sind. Aber bei Fallout ist es eher schwieriger. Ja, mal gucken. Ja, wie gesagt, heute nochmal ein bisschen Hogwarts. Nächste Woche dann Fallout und Witcher. Und dann will ich erstmal zwei Tage bei der Muddi Geburtstag nachfeiern. Die hat am Mittwoch Geburtstag. 15. ist Mittwoch, oder? Einen Tag nach Valentinstag. Ja. Und ja, gucken wir mal. Ja, Kaffee ist durch. Facebook sagt mir, vor zehn Jahren habe ich selber Cupcakes gebastelt. Ich glaube, zusammen... Mit wem war ich denn da zusammen? Mit Timo, ne? Ich glaube, mit Timo. Und da haben wir so einen Cupcake-Bastelkurs mitgemacht. Der Pinguin ist schön. Das Grünelmonster kann man gut erkennen. Das Schaf auch. Der Rest. Grüne Wiese Fußball. Irgendwas mit einer Blume und Kokos. Und da dachte ich echt, das wäre Hack. Ja. Aber Hack-Cupcakes, ich weiß nicht. Ne, da haben wir so einen Kurs mitgemacht. Zwei, drei Stunden gingen. Dann glaube ich, da waren irgendwie acht Leute da. Oder zehn. Und dann haben wir da gesessen. Und unter Anleitung Cupcakes gebastelt. Ja. Ne. Ansonsten hab ich nichts. Werd jetzt frühstücken. Vielleicht noch ein bisschen Serien gucken. Eine Folge schaffe ich bestimmt noch in der nächsten Stunde. Und dann ganz entspannt nachher. Harry Potter. Nicht Harry Potter. Hogwarts Legacy. Spielen. Mal gucken, ob ich heute mal ohne Brille mache. Vielleicht ist es ja auch das, was mir Kopfschmerzen macht, wenn ich die ganze Zeit mit der Lesebrille am Bildschirm gucke. Weiß es nicht. Mal schauen. Ja, ansonsten gestern noch The Last of Us Folge 5 geguckt. War wieder großartig. Also, die Schauplätze, die man halt auch aus dem Spiel kennt, werden dort immer sehr, sehr gut widergespiegelt. Und die Emotionen, die man in einem Spiel vielleicht weniger zulassen kann und die vielleicht auch weniger, nein, nicht weniger präsent, aber besser dosierbar sind, sind in der Serie halt völlig krass anders. Also, da gab es schon zwei Folgen. Folge 3 und jetzt auch Folge 5 wurde echt. Da dachte ich, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Hast du zwar im Spiel auch so erlebt ungefähr, aber ganz anders oder nicht ganz so extrem wahrgenommen. Ja. Ne, war wieder eine super Folge. Mehr will ich jetzt aber noch nicht sagen. Vielleicht gibt es noch ein paar, die noch nicht gesehen haben. Der Buff hat gestern schon geschrieben, boah, da braucht ich ja wieder Taschen-Tücher oder so. Also zumindestens traurig. Ich habe vielleicht auch eine Träne verdrückt oder zwei oder fünf. Ne, aber das ist echt eine sehenswerte Serie. Kann man nicht anders sagen. HBO? Ja. Irgendwie ein gutes Netzwerk, ne? Ist das ein Netzwerk? Network? Ja, kann man schon sagen. Ja, wie gesagt, ich mache jetzt Frühstück und dann sehen wir uns nachher, wenn ihr mögt, zusammen mit Tarnis Bancroft, habe ich den ja genannt. Und wir sind gestern Abend noch in Hogsmeade angekommen und das will ich mir heute mal genauer anschauen. Wir haben gestern schon den Teeladen besucht und uns einen neuen Zauberstab zugelegt. Und da gibt es aber noch einiges mehr in Süßigkeitenladen und so einen Scherzartikelladen oder was weiß ich alles noch. Ja, da bin ich mal gespannt. Und ich habe es hingekriegt, dass auf englische Tonspur und deutsche Texte, das geht zwar in den Cutscenes nicht, die sind komplett deutsch eingemeißelt, das ist interessant, aber ansonsten ist das komplette Spiel jetzt in englischer Sprache und deutschen Texten. Yippie!